Der Lauftrainer mit Steckaufsätzen zur Höhenanpassung für unterschiedlich große Anwender Der Steckaufsatz für den oberen Bereich des Lauftrainers erlaubt es etwas größeren Anwendern sich bequem aufzustützen, während man auf dem Gerät steht. Nach dem Entriegeln der Sicherung ist ein entspanntes Üben für große Personen durch einfache Laufbewegungen somit sehr einfach. Nach sichern und absteigen kann je nach Bedarf der Aufsatz einfach wieder abgenommen werden. Die Steckaufsätze für den unteren Bereich für etwas kleinere Anwender werden am gesicherten Lauftrainer angebracht und nach dem Aufsteigen kann das Gerät entriegelt werden. Ein entspanntes Üben für kleinere Anwender wird somit erleichtert, da die Gehbewegungen nun bei passgerechter Abstützung des Oberkörpers erfolgt. Vor dem Absteigen wird das Gerät wieder gesichert und die Aufsätze nach Bedarf entfernt. Und jetzt wird das Gerät wieder gesichert.